Hast du den Film schon gesehen? Ja, wir haben natürlich ein Screening gehabt vor ein paar Monaten. Es ist schon eine Weile her wieder, haben das Entstehen des Films so ein bisschen mitverfolgt, hier und da. Aber so richtig in der Endfassung, auch so richtig mit fetten Sound und allem, was dazugehört, haben wir jetzt noch nicht gesehen. Nur im Ansatz, es gab ein paar Trailer, die wir Anfang Dezember schon mal veröffentlicht haben. Aber darüber hinaus ist es heute Abend ein sehr spannender Abend für uns, weil es ist auch das erste Mal nach all den Jahren, dass die Scorpions auf der großen Leinwand stattfinden. Und das vor allen Dingen mit Publikum gemeinsam zu erleben, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und deswegen sind wir alle sehr gespannt und es ist was ganz Besonderes für uns heute Abend. Was in diesen drei Jahren Fair World Tour passiert, dass es die Bekehrtwende gab? Wir haben einfach gesehen, dass sich unser Publikum so dramatisch verjüngt hat und viele junge Leute, die vor der Bühne jeden Abend abgerockt sind, die uns so viel Energie gegeben haben, und gesagt haben, Leute, wir haben euch das erste Mal gesehen, man kommt doch mal wieder. Ja, eine ganz junge Audience, zusammen mit den mit uns älter werdenden Fans, die ganz loyal uns all die Jahre die Treue halten, die dann oben auf den Rängen sitzen. Aber unten vor der Bühne, da geht schon richtig die Post ab. Und das hat uns einfach gezeigt, dass da noch so viel Leben in der Band ist, so viel Energie, so viel Kreativität und einfach viel zu viel Spaß, um komplett die Gitarren in die Ecke zu stellen. Wir haben gesagt, wir nehmen den Fuß ein bisschen vom Gas, haben uns vorgenommen. Hat auch so die letzten ein, zwei Jahre so ein bisschen geklappt. Jetzt mit der 50th Anniversary Tour, wo sich die Gigs schon wieder so weltweit so aufbauen. Ich glaube, jetzt in diesem Jahr müssen wir auch ein bisschen lernen, vielleicht mal Nein zu sagen. Warum war die Zeit richtig für ein Film so? Ich glaube, das Zeitpunkt könnte vielleicht sogar 25 Jahre später sein 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 sein. Aber es hat immer die richtige Leute, die richtige Team, die richtige Direktoren und die richtige Konzept. Und wenn das kam, ein paar Jahre später, wir haben mit Katja von Garnier, die Chemistrie war perfekt. Und wir haben sie so viel vertraut. Und wir haben sie so viel vertraut, dass es für die nächsten paar Jahre wäre, dass sie und die Team her in die Welt kommen, in viele Plätze zu machen. Und wir haben diesen Film gemacht. Und heute sind wir alle sehr froh, dass es endlich wird, dass sie endlich beöffnet werden. Und die Leute sagen uns, dass es vielleicht die letzte Chance ist, dass sie alle zusammensehen. Aber das ist nicht das Problem, oder? Du hast immer noch getan, was du getan hast. Wir machen keine Pläne mehr, keine Präsenz, wassauber. Wir denken, dass es ein Privileg, dass wir immer noch hier sind, dass wir immer noch ein Privileg, dass wir immer noch ein Global stage spielen können und unsere Träume leben können. Wunderbar. Congratulations. Danke. Wie viele Jahre ist dein Karriere in diesem Dokument, wie stolz bist du? Ich bin sehr glücklich. Du weißt, stolz ist etwas, aber ich bin sehr glücklich. Und das Fakt, dass wir immer noch hier sind, nach all diesen Jahren, als Band, wir sind immer zusammen, wir rocken das Welt, wir können immer weitergehen, wir leben unsere Träume, und das Fakt, dass wir ein ganz neues Publikum haben, und wir haben einfach 6 Millionen Menschen auf Facebook gebrochen, und die average age ist zwischen 16 und 28, von all over der Welt, und viele Leute sehen uns live im Konzert und sagen, wir sehen uns das erste Mal, wenn du zurückkommst, und wir sagen, wir haben eine Farewell-Tour. Nein, komm, du bist nicht. Es ist sehr inspirierend, und wir haben es immer sehr viel, und es ist ein Privileg, nach so vielen Jahren, dass wir immer noch unsere Träume leben können. Eine Frage haben wir gesagt. Sorry, Klaus, ich muss die Frage. Ja, wir hatten Katja von Garnier, die Direktor, sie hat einen tollen Job gemacht, und sie war sehr nahe zu uns, mit der gesamten Crew. Und, wenn man ein Projekt macht, ist es wichtig, dass man diese Art von Chemie arbeiten hat. Und mit Katja, wir hatten einen tollen Zeit, und ich denke, sie hat einen tollen Job gemacht, mit diesem Film gemacht. Und heute sind wir sehr glücklich, dass wir alle hier zusammen sind, und zusammen mit einem Publikum, das sehen wir für die erste Mal zusammen mit unseren Fans. Okay, vielen Dank. Danke. 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 Nur eine Frage.